Bergdoktor Star Hans Siegel ganz nahbar, doch ist er sich der Gefahr bewusst? Hans Siegel geht gerne und oft mit seinen Fans auf Tuchfühlung. Genau das könnte ihm aber zum Verhängnis werden. Wie so viele Prominente möchte auch Bergdoktor Star Hans Siegel seinen Fans ganz nahe kommen und den Kontakt mit seinen Anhängern nicht missen. Ein kurzer Plausch, ein Selfie oder ein Autogramm sind mit dem charmanten 55-Jährigen durchaus drin. Ein Segen für seine Fans. Für den Schauspieler selbst hingegen eine nicht zu unterschätzende Gefahr. Hans Siegel, er bekommt Hasskommentare und Morddrohungen. Als Person des öffentlichen Lebens ist Hans Siegel nämlich nicht nur bei seinen Anhängern begehrt, sondern auch bei Menschen, die es nicht gut mit dem TV-Liebling meinen. Neid über seine Karriere, aber auch politische Äußerungen sind nur zwei der Gründe, warum nicht jeder Hans Siegel wohlgesonnen ist. In der Vergangenheit hatte der 55-Jährige bereits gestanden, ich bekomme viele Hasskommentare und sogar Morddrohungen, weil ich meine Meinung offen teile. Bislang blieb es, zum Glück, nur bei Worten und Drohungen. Nicht auszuschließen aber, dass eines Tages auch Daten folgen. Mit seiner Nahbarkeit macht sich der Schauspieler besonders angreifbar, berichtet Woche heute. Unter seine Fans könnte sich bei jedem Bart in der Menge auch ein Angreifer mischen. Jedes Gespräch mit einem netten Gegenüber könnte plötzlich eine ganz andere, schreckliche Wendung nehmen. Ob sich Hans Siegel dessen bewusst ist, wenn er mit bis zu 400 Fans am Tag in Kontakt kommt? Vermutlich wird er wissen, dass ihm überall ein schwarzes Schaf auflauern könnte. Von dem potenziellen Worst-Case-Szenario wird er sich aber nicht seine Nahbarkeit verderben lassen und schon gar nicht die Nähe zu seinen Fans, die ihn so schätzen und die auch er so sehr genießt.